Ja mormo Leute euer Zero hier und herzlichen Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Enderil und wir befinden uns hier heute in wie ist das düsterheim oder so ähnlich Nebelheim Nebelheim und wir wollen wieder ein Kaufgeld jagen wir wissen dass in Nebelheim ein paar stärkere Viechers durch die Gegend laufen deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein irgendwo wahrscheinlich eine Nummer falsch geschrieben ich habe gerade einen Kommentar bekommen so egal wir müssen da hinten zur Hütte wir versuchen alles andere ein bisschen zu ignorieren weil das alles wird später von uns erkundet wenn wir keine Mission mehr haben etc pp und deswegen möchte ich nicht zu viel erkunden so oh hallo Pilzchen also wo bin ich der blaue Pilz in die Suche da hast du noch ein Inventar aber ich warte noch bis wir ein paar mehr haben ich habe schon lange keinen mehr gesehen ne so die Frage ist was wird da unten auf mich lauern vielleicht sollten wir jetzt schon gedockt rumlaufen oh ich wurde schon entdeckt cool und wo ist hier doch was irgendjemand ist hier doch kannst du mir doch nicht erzielen okay auf Anhieb sehe ich ehrlich gesagt nichts vielleicht wurde schon wieder entdeckt sind das die Blitze die mich entdecken können mich die Blitze ich bin frei gut will ich die Blitze sehen irgendwas hat mich gesehen aber ich weiß aber nicht was ich vermute mal es sind die Kollegen wer so rüber ihr seid das ist ein Falmer Arab alias Falmer hier hier hast du mich doch nicht entdeckt Lappen so ihr seid doch nicht mehr so stark oh ihr trasterlocken cool aber was zum Teufel habt ihr hier was habt ihr bewacht ne Karawane habt ihr sie angehalten Eichenbogen naja wenn wir als von Mitnehmer waren naja ähm Feinstahl Handschuhe ok die Triche die Triche nämlich immer gerne ein bisschen Gold ein bisschen Gold muss sein Tralala Tralala und so weiter ich hab einen Song gesungen fertig und dahinten muss irgendwo die Hälte sein der Bogen wird nicht mehr lange halten ein bisschen man haben wir regeneriert das würde aber nicht reichen ich glaube da steht irgendwas ne war nur ein Schatten alles gut oh es ist ne Hütte Freundin Hütten muss ich angucken ich liebe Hütten huh huh naja das sind diese Fallenviecher ne diese Alpen ne liebe Alp und lass den Huf entdeckt bam bam oh der Kollege hat auch Fallenbogen nur leider kannst du dich so betreffen wie ich Autsch oh ich hab dich ge- oh Gott nein ich hab verfehlt jetzt lass dich treffen man shit und es reicht nicht ich hab nicht genug meine aufgebaut ähm hm hm der würde aber wahrscheinlich nicht so krassen Schaden machen ne wenn ich den Treffen würde so Zeit anhalten uh ich kann währenddessen leiden wie sie ausweichen und doch macht auch seinen Schaden jetzt doch nicht so viel wie der davor aber egal so so alter Hof ja was gibt's denn hier so schönes Eier Hühnaheier wie wärs mit mitnehmen Siehro alle Runenbogen hm was hab ich denn ähm ja meine macht auf jeden Fall mehr Schaden definitiv Landschaften in der Welt das ja gut die Ausbeute hat sich mal nicht gelohnt ah ne Truhe ah bitterbraunwein hm das nehm ich gern mit ansonsten ja ziemlich armsinnig wir können noch die Leichen plüdern wenn wir sie finden ich war immer so ein Problem mit Leichen wieder zu finden ja ich darf nicht so fett sein ich darf nicht so fett sein ich muss abspecken wenn ich die Frau wir achten doch auf sowas, oder? guter Knochen so ich muss irgendwo der Eingang sein ich muss irgendwo der Eingang sein die Frage ist was lauert da ja ich vermute mal das hier sieht aus wie der Eingang Moment mal Moment mal, weißt? oh ich hab den hinterher getroffen lass mal aufhören da war ich damit aus ich hab dich gespeichert, okay? lass mich in Ruhe Gott her ich habe die Eingang er hat also Ich speichere nicht. Oh Gott. So, Zeitlupe aktivieren, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und der läuft sowieso auf der Stelle. Hörst du, es kommt nicht voran, ja? Ich habe dich doch offensichtlich getroffen, ach du bist tot. Okay. Tun wir einfach mal so, als wäre er tot. Ich bin schon mit jetzt zu viel. Guckt euch diese Leiche an. Hey, du bist tot. Ich habe noch Erfahrung bekommen für dich. Sei mal nicht so ein Cheater. Meine Fresse. Der Olle-Cheater, Alter, hat er mich verarscht. Ist ja nicht so, als hätte ich dich dreimal getroffen. Guckt es euch an. Da. Die Pfeile stecken sogar noch in ihm drin. Oh. Okay. Super. Boah. Klasse. Huh. Großartig. Das ist doch genau das, was ich mir gewünscht habe. Und zwar eine unsiebare Mauer direkt vor meiner Pfeppe. Ist ja klar. Du willst also den harten Stress haben, ja? Eigentlich bin ich ja so ein Softie. Ja, ich gehe gerne mal verschont, aber... Noch nicht. Schatten des Windes, Alter. Schatten des Windes. Aber nun, wie kannst du denn in den Hotshot landen? Es ist doch unmöglich. Das, liebe Freunde, ist unmöglich. Schatten des Windes. Huh. Ich will mich nicht extra heilen für dich. Alter Lumpen. Okay. Okay. Jetzt kriege ich das hin. Schatten des Windes. Ups. Oh Gott. So ausweichen. Hm. Okay, ich ziehe mir den Heiltrank rein. Ist ja gut. Oder ich gehe wie ein Besäcker aus dir los. Na, das klingt auch gut. Ich hoffe, dass er hier so schön ist. Er hat noch hier so ein geiles Schwert, oder nicht? Da. Okay. Hä? Wo ist die plötzlich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh Gott. Oh Gott. Da sie hat ihr Schwert rausgeholt. Ja, genau das, was ich wollte. Ist das alles? Ist das alles? Ja. Das ist alles. Ich habe die geschlagen und bin weggelaufen. Äh, wenn sie jetzt ihren Bogen nicht rausholt, ist alles gut. Ach, die Olle steckt fest. Ich bin fast schon neid für dich. So ist ja, um auszureichen. Oh Gott. Das wird der Steinbattle des Jahres. Ich habe vergessen, Essen zu holen. Egal. Hast du Essen für mich? Mit nem Runenbogen wollte sie mich töten. Ist klar. Hat mich auch getötet. 50.000 Mal. So, Zeit, was zu essen. Ähm, Käserad. Ich sollte abspeichern. Wenn ich das schon geschafft habe, dann speichere ich. Ist hier noch jemand? Jemand, den ich noch nicht getriggert habe? Grimmlich-Trollen entdeckt. Stollen, nicht Trollen. Sehr glimmlich-Trolle. Pick, pick. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Werdebank, wo wir wahrscheinlich nichts machen können. Nicht wahr? Ja. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Eisenbahn. Oh, Feuerball. Alter, die Käserolle hat mich voll geheilt. Was ist denn los? Ist ja besser als Krustenbrot. Bleib mal so, bitte. Oh Gott. Hallo. Könnt ihr die besten bitte weniger aushalten? Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Ich bin ein Arschloch. Er wird mich höchstwahrscheinlich verfolgen. Oder ist das mega wahr, soll er rauskommen. Muss er auch den Ladebildschirm des Terrors ertragen? Uiihihihi. Lauf! so etwas wertvolles am start jawohl ich werde perfekt ich bin also satt die käserolle hat mich nicht so wir haben herausgefunden dass wir die leute hier nicht umhören hätten können wir jetzt gedacht kann ich denn mein büttes nein kann ich nicht das ist traurig da unten ist der toll ja es nur was wertvoll ist ein ruhm bogen 25 schaden also doch ein bisschen mehr schaden als ich dachte was bist du süßes lebst du vielleicht schläft sie einfach nur ja sie wird schlafen und ich keine sorgen gesellen buch schwere rüstung wurst sehr schön wo es nämlich immer sehr gerne ich habe euch gehört bist du minikin auch ein pilz ich liebe es wenn sie rein es ist süß da waren wir da müssen wir wohl hier entlang ist 100 fahrstuhl wie komme ich hier weg ach da ist eine treppe ich war es nicht ich habe da kommt auch her ich habe da kontroll kommt auch her Mr. Troll, können sie die anderen töten? Oh Gott, da ist ja noch einer. Da waren sie einfach mal zu 50.000. Ja, das wird schwer, die alle zu kriegen. Vor allem, die riechen mich anscheinend. Oh. Okay. Wir wechseln mal kurz den Plan. Und, ähm, du, du, ahn und rufen. Ruft ein Ahngeist. Hm, meis. Bum, 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 bum. Was ist denn das da? Station, bitte. Supps. Gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir irgendwie besser schleichen. Was haben wir denn hier? Starke Sehne. Äh, Bogenschütz. Oh, das ist auch gut. Alle Schlösser. Ne, kennen wir ja schon, ne? Feuerfall, Konzentration, Adlerauge, Diebeslehrling. Schnellschuss. Weltläufer. Ja, gut, wäre auch nicht schlecht, ne? Leuchtet euch automatisch ein Abbild des Schlüssels, brauche ich nicht. Gesellenschlösser sind einfach knackbar. Kündische Treffer wäre auch nice. Du musst da schleichen. Was soll das hier schleichen? Äh. Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplin, blablabla. Aha, Schatten. Erhöhtere Chance auf kritische Treffer. Wollte ich eigentlich nicht. Schleichen. Gib mir Schleichen. Hm. Hinterhältig. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ihr euch Gegner schleichen, erkennen könnt, sinkt um weitere 12%. Eure Preise bei Händlern verbessern sich. Ja, gut, das mache ich mal. Okay, habe ich noch ein Level? Habe ich noch ein Level? Ich habe noch ein Level da frei. Okay, dann machen wir Schaden. Boom. Ach so, habe ich schon, ne? Kritische Treffer. Ja, ja, wieso nicht? Stufe 2, 45 Sekunden. Ach, das ist, ah. Das ist doch mein, mein, mein hier Dingenskirchens, ne? Feuerpfeil. Öh. Öh. Tote Schuss da. Und weitere 15% erhöhtere Chance auf kritische Treffer, der 25% zusätzlich Schaden verursacht. Habe ich schon. Leck mich dann halt. Meine Fresse. Marine. Ja, das ist doch kacke. Giftköcher. Selbstgebrauchte Gifte. Das will doch keine Sau haben. Was, warum bin ich da hochgegangen? Ach so. Was ist doch, ja klar. Hinterhaltigkeit habe ich bereits. Viel Entschnitt. Greift ihr aus dem Schleichen heraus an, habt ihr eine Chance um 10%. Ja, Einhandschaden. Was kommen wir denn noch? Rage. Diese Erinnerung ruft in euch notwendige Basiswissen, aber weißt du was, komm. Warten, das Wind ist Stufe 2. Haha. Sehr schön. Wegt euch kurzfristig, eblich leiser und erhaltet eine 7-wurzertige Chance auf kritische Treffer. Genau das wollen wir. Vielleicht hatte ich auch noch einen Punkt frei. Ah, gut, egal. Jetzt bin ich zurückgegangen. So, meine Damen und Herren. Wir versuchen es erneut. Wir sind jetzt ein bisschen Schleich besser. Schleich besser ist ein gutes Wort. Habe ich nicht erfunden. Steht im Duden, guckt nach. So, den Scheiß nehmen wir nochmal mit hier. Da und hier. Die Wurst. So, alles Wurst hier. Gehen mal hier runter. Die Treppen benutzen können. Könnte wehtun. Halbe halbe wäre nur gerecht gewesen. Nie genug Geld. Oh, ein Bogen. Hö. Ja, cool. Mein Bogen ist mal wieder weg. Können mich hier gar nicht finden. Crazy. Bestes Versteck ever. Hallo, bist du der Troll? Hä? Hihihi. Haha. Oh. Ich will aber den Bogen ehrlich gesagt übersehen. Doch, doch. Ich bin der Größte. Nein, hier ist keiner. Vor allem nicht ich. Guckt euch den Lappen da hinten an. Uh. Hihihi. Kritischer. Ah. Die können hier nichts machen, wenn das nicht hier wird. Hahaha. Ah, ist das abscheulich. Ich speichere mal auf, ne? Na, bist du der Troll? Dankeschön. Dein Geld nehme ich. Hä? Hä? Wo ist die plötzlich? Nein, 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 nein. Ich lauf einfach weg. Aha. Versuch mir doch hierher zu folgen. Oh, armig Tuf Tuf. Komm. Hier, geh durch die Mauer. Oh Gott. Ist das alles? Ist das alles? Als ob du mich hier treffen könntest, ey. Oh, ein Skelett. Stab des Feuerballs. Gras. Was hier versteckt ist? Na komm, Mrs. Troller. Ich hab die Schatten des Windes. Boom. Kritischer. Oh, doch. Ach. Oh, doch. Das war ein feiner, kritischer Treffer. Und du konntest nichts dagegen tun, Troller. Ich beklau sie jetzt sogar. Eichenbogen. Oh, was haben wir denn da so schönes? Das heißt. Selnas Bastion. Blockt sieben Prozent der Schaden. Mit einem Schild verbesserte Schwererrüstung. Ja, komm, das braucht auch keine Sau. Ich zumindest nicht. So ein Scheißrecht. So, dann schauen wir mal, dass wir die letzten Autos... Komm schon kritischer, lass mich hier im Stich. Stimmt, ich hab noch keiner. Das ist nicht dein Engelst. Der One-Hit-team mich einfach weg. Ich bin nicht hier. Nein, ich hab nicht verfehlt. Close one. Richtig, richtig close one. Oh! Ewig. Hier lebt doch noch einer. Das weiß ich. Hab ich gesehen. Oh, Mondstein. Der schleichende Dieb. Erstmal Lärm machen und Mondstein klauen. Weißt du, und sowas hört keine Sau, ja? Wahrscheinlich steht er hinter mir und fragt sich, hm, wo kommen die Geräusche her? Tja, dann drehe ich mich um und dann verpasse ich ihm kritisch ins Gesicht. Okay, ist nicht. Gut, Freunde, jedoch werden wir morgen dann die Höhle hier weiter erkunden und schauen, was wir hier so Schönes haben. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Gegner noch und natzen ihn übelst weg. Hau rein, euer Zero Suess.